Da sind wir immer mit ganz dankbar, dass Sie immer so mit drei, vier Stunden auf unserem Aktionstag zu uns kommen und Sie leider nicht so etwas tun müssen. Ja, Sie sehen, im Moment lassen Sie die Frau Berndstadt hier ab. Ja, die Arbeit der Berndstadt, ja, wir wünschen Sie, dass wir mal einen schönen Nachmittag, und Sie werden Ihnen ganz perfekt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.